Der Calliope Mini hat mittig und in Höhe des Batterieanschlusses mehrere vergoldete Kontakte, an denen bis zu 2 DC oder auch Gleichstrommotoren angeschlossen werden können. Ab Version 1.3 des Calliope sind sechs Kontakte nebeneinander vorhanden, davor nur fünf. Die Versionsnummer findet man übrigens auf der Rückseite des Calliope Mini. Die Belegung der Pins von links nach rechts ist wie folgt. Ground, Motor B, Motor A, Ground, externe Spannungsversorgung bis 9 Volt und beim Calliope ab Version 1.3 nochmal Ground, was im Video nicht zu sehen ist, da es sich folglich um ein älteres Modell handelt. Ein DC-Motor wird mit zwei Drähten an die Kontakte angeschlossen, wobei es einfacher ist, wenn an den Enden der Kabel kleine Stecker angebracht sind. Das eine Kabel oder der eine Stecker gilt immer in Ground, das oder der andere in Motor A oder Motor B. Es gibt deshalb so viele Ground-Kontakte, weil die Stecker beider Motoren und eventuell eines externen Batteriepacks nicht alle in einen Kontakt reinpassen würden. Wenn man sehr leichtgängige Motoren verwendet, die nur wenig Spannung zum Bewegen benötigen, kann auf eine externe Spannungsversorgung verzichtet werden. Allerdings beziehen die Motoren den Strom dann vom Batteriepack, der den Calliope versorgt. Sollten die Motoren zu viel Leistung haben, kann es passieren, dass die Spannungsversorgung abbricht und der Calliope quasi ausgeschaltet wird und ständig neu startet. Die notwendigen Blöcke zum Ansteuern der Motoren A und B sind in der Programmierunggebung Mailcode bereits in der Kategorie Motor vorhanden. Mit dem Block Motor A mit 0 lassen sich beide Motoren unabhängig voneinander aktivieren. Der Wert 0 bringt den entsprechenden Motor zum Stillstand, der Wert 100 dreht den entsprechenden Motor mit maximaler Leistung. Im Video sind zwei Motoren so angeschlossen und der Calliope so programmiert, dass Taste A Motor A links dreht, Taste B Motor B rechts und beide Tasten A und B gleichzeitig gedrückt beide Motoren stoppen. Da es sich um kleine Motoren handelt, wurde auf eine zweite Stromversorgung für die Motoren verzichtet. Deine Herber Untertitelung des ZDF, 2020